Hallihallo ich bin's wieder wie doof naja egal wie ihr sehen könnt er ist wieder da wollen wir mal ausprobieren ob der jetzt auch funktioniert ich habe hier hinten noch nicht so wirklich aufgeräumt da steht mein Tablet da ist noch mein also rechts rechts ist das rechts ja rechts ist das da noch mein Laptop meine beiden Monitore mein schönes mousepad habe ich letztes Jahr zu Weihnachten ein Geschenk gekriegt aber wir wollen mal gucken ob der eigentlich auch läuft leider kann ich die Kamera nicht ändern jetzt habe ich was vergessen ich mach das mal so machen wir da einmal an da blinkt er und machen wir da einmal an ist nicht an jetzt an jetzt leuchtet der jetzt drücken wir mal da auf den Power Button er geht schon mal an aber das ist ja nichts neues gehen wir noch ein bisschen aus dem Bild können wir alle was sehen ich bin noch halb dazu drinnen also sie haben nichts gefunden sie haben Windows Repariert einmal also einen Reparaturdurchgang gemacht so sieht er schon mal ist er hochgefahren jetzt ja seht ihr was ich da sehe seht ihr das bei der Uhr da unten jetzt kann auch sein dass er vom Monitor kommt ja ist ein bisschen wackelig ok da solltet ihr mal eben nichts sehen äh ich geb mal ihm das Passwort rein ja ist ja gut ey ok ja ok ähm ich weiß nicht jetzt sieht ihr das neues Gerät eingestellt und hier dann da ich weiß jetzt nicht ob ihr das sehen könnt das ist auf jeden Fall ein Grafikfehler aber das würde ich sagen das kommt vom Monitor weil der hat das dann nicht nicht der neue weil der ist auch schon weiß ich nicht wie viel Jahre alt ähm ja das scheint alles jetzt zu funktionieren ich hoffe mal also die haben es ausprobiert sie haben es getestet denen ist nichts aufgefallen und so eine Analyse haben die gemacht da kam auch nichts und so warum naja wir oder ich probier das erstmal aus ähm ja wie spät haben wir es jetzt 19.12 vielleicht kommt morgen noch ein Video aber ein anderes je nachdem ob der jetzt auch richtig läuft oder nicht läuft mhm ja was für ein Video morgen späten Nachmittag oder so würde ich sagen wie gesagt ich weiß nicht wie ich das hinkriege jetzt noch alles einzurichten eigentlich ist alles soweit eingerichtet ja lass euch ja überraschen was morgen kommt auf jeden Fall kommt morgen auch wieder ein Video das hier sollte nochmal eben ja Infovideo sein dass er wieder da ist und ich hoffe dass es ja demnächst dann auch wieder weiter geht mit den Let's Plays äh erstmal wieder mit dem Landwirtschaftssimulat weil das geht schneller ich weiß noch nicht morgen ist Freitag ähm lass mich überraschen was samt noch kommt je nachdem wie gesagt was der Computer sagt äh der Computer sagt da ähm ja dann sehen wir uns ja ich würde sagen beim nächsten Video aber ich hoffe mal beim nächsten Let's Play bis dann tschüss 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 tschüss